Da ist er wieder, der Gude. Der Gude, du Guder. So willst du mal reinzählen, du Guder? To Base for you. Also, drei, zwei, eins, go! Herzlich willkommen zurück, ihr Guden. Mit mir ist der Gude Liam und wir spielen das Gude Devil May Cry 4. Wir müssen jetzt Beyblades holen. Und da fangen wir gleich mal an und dein Hund hat wieder genießt. Da sind sie, die Beyblades. Die müssen wir jetzt holen. Die ursprünglichen. Die originalen Beyblades. Genau, so hat alles mal angefangen. Mein Spruch wieder, wie geht denn das Spiel nochmal? Ah, den hab ich gleich mal hingekriegt, siehst du wohl. So geht das, jawohl. Auf Anhieb. Auf Anhieb. Nice. Okay, da geht's lang. Hier haben wir den komischen Engel verknödelt, ne? Ja. Und jetzt kann ich hier Skidusch. Skidusch. Wie kann ich, kann ich euch jetzt hauen? Ich muss hauen jetzt. So muss ich so hauen. Du musst es erst aufladen. Ah, ich muss es aufladen und dann Skiduschweben. Und dann ist es ein waschechter Beyblade. Wie war denn das Intro davon? Ich weiß es nicht mehr. Da war doch auch irgendwie so ein, so ein, oder war das One Piece? Ich weiß es nicht. Das klang eher nach One Piece gerade. Das war One Piece, okay. Ich guck mal, ich hann schon wieder Dinge. Increase the X, gosh, the two slots allowed to access level two. Exit moves. Das muss ich erst noch üben. Komm, wir sind tap, then tap, tap. Ach, der. Den mach ich mal. So, und den hier, da kann man noch, genau, Reichweite. Ich brauch Reichweite. Ich hab nicht genug. Kannst du ihn nicht kaufen? Verdammte Scheiße. Ich hab den Tal angeguckt. Ich kann chargen. Oh ja, warum nicht? Den Rest sammel ich. Ach nee, warte mal, da gibt's ja noch Abilators. Ja, da kommt jetzt die große Zahl, genau. Nee. Just before an attack hit, press RV sideways an. Ach du Scheiße. Mhm, Counter-Attacks. Das ist es. Das ist es. Das ist schneller laufen, ja. Das ist schneller laufen. Sie geht gleich schon gut ab hier. Da passt deine Tür nicht. Ja, meine Tür. Ja, da ist eine Tür. Ich habe sie genommen. So. Ich weiß nicht, ob wir das kämpfen noch können. Seit dem letzten Mal. Hallo, Sie. Bitte folgen Sie. Scheiße. Ach, bei den Duden sollte ich das mit dem X7 besser hinkriegen. Ach, Scheiße. Geht ja schon mal gut los. Hey, was geht ab? Komm, du Guter. Er hat sich nicht getraut, du. Das war, das war viel des Guten. Ja, ich bin gerade zu blöd. Ich kriege es gerade nicht hin. Ah. Ja, fast fast fast. Ich kann kein Air Dodge. Oh, das tat weh. Ja, es geht. Aber das gibt schon mal keine gute Bewertung. Hm, nee. Aber darauf hast du es ja eh noch nie angelegt. Noch nicht so ganz. Ah, fuck. Ich habe auch gerade gedacht, zuerst hier, come on, und dann, bam, auf die Fresse. Ja, ich hätte darauf achten sollen, was er macht, bevor ich was mache. Das ist immer mein Problem, weißt du. Ich nehme meine Umgebung nicht wahr. Mhm. Und dann passieren solche Dinge. Und wir wissen ja alle, dass Sitzgelegenheiten sich einfach nicht gehören. Nein, nicht in sowas Religiösem wie dem da. Echt nicht? Da muss man knien, hä? Hätte dir eben gerade gut geholfen. Stimmt. Ach, Kacke, ja, da habe ich auch gar nicht dran gedacht. Den hätte ich ja nehmen können. Ich habe wahrscheinlich übel die Stylo-Punkte gekriegt wahrscheinlich dafür. Der Anime-Mercury. Habe ich früher auch immer gelösen. Ach, den hatte ich schon. Der leuchtet schon. Der leuchtet. Der Anime. Da. Muss ich den jetzt hier auf den Sarkophag knödeln wahrscheinlich. Glaubst du das Ding ja, durch Türen passt das Teil ja nicht. Ja, ernsthaft. So, wo ist er denn? Da, jetzt, jetzt können wir hier effizient Sitzgelegenheiten zerstören. Das ist doch nice. Das ist was für dich, ja. Das ist ein paar, 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 paar. Das sind wir eine Runde. Gibt's? Äh, nee, hübs. No hope of controlling it yet. Nee, kann ich scheinbar nicht. Kann man auch nicht. Kann ich nicht machen. Ja gut, aber hier in den Nebenräumen gab es ja auch noch Stuff. Siehste, genau, da, 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 da muss ich jetzt irgendwie hinkommen. Wui, 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 wui. Muss ich da lang? Nee, ich muss da oben irgendwo. Da oben. Da oben. Den hab ich schon. So, jetzt aufladen und loshauen. Den könnte ich doch. Den könntest du. Äh, würden Sie bitte in diese Richtung sich verziehen? Vielen Dank. Da hinten ist nämlich die Wand. Ui, ich da mal draufhau, dann kommt er auch weiter. Tja, siehste, Gewalt ist doch eine Lösung. Ach, fuck. Der äußerst gewaltbereite Nero ist hier wieder dabei, irgendwie eine alte Architektur zu zerhauen. Oh, shit. Oder sich selbst. Nachdem, was zuerst passiert. Äh. Hä, guck mal. Ah ja. Jetzt hab ich einen zweiten von denen. Yay. Jetzt kannst du sie gegen deine Battle lassen. Ja, jetzt geht's richtig los. L.A. Grip. Ach, nur einer von denen aktiviert sich. Guck mal, wie kacke das ist. Gucken sie, wie kacke das ist. Wie kacke das ist. Jetzt steht der eine dem anderen im Weg rum. Und du stirbst. Nein. Ah, ist das kacke. Jawohl. Also je nachdem, wie doll du sie auflädst, desto doller prallen sie ab. Denk dran, ne? Schmuck. Oh, ist regendetröte Küchen. Oh, guck mal. Dämonenblut. Ja, komm. Den, den mach ich kaputt. Den mach ich so kaputt. Der hat's nicht anders von denen. Der hat's nicht anders von denen. So. Dann muss ich jetzt wahrscheinlich irgendwie hier drüben noch einen mitnehmen, schätze ich. Weiß ich nicht. Einen hast du erst noch stehen lassen auf dem Führer. Ja, ja, ja. Aber der kann auch erst mal stehen bleiben. Na, du musst sie ja eh alle hier sammeln. Ja, aber... Ich will... Wo der jetzt in die andere Richtung läuft. Ja, ja, ja. Weißt du? Ja, okay. Dann geh ich ihn halt holen. Jetzt hol ihn. Ja. Den guten. Ich geh holen. Den guten Beyblade hier. 3, 2, 1, let it rip. Und gleich mal in den falschen Gang rein. Ich hab auch gerade gedacht, wo haust du den hin? So, dann haben wir ein bisschen vorsichtiger. Gut. Da war der Hund wieder. Der macht einmal... So, muss man da, muss man da. Nee, gut. Da muss man nicht präzise sein. Ein Glück. Also, zum Glück nicht. Nee, ich hab damals auch ewig gebrochen mit diesem blöden Kreiselklingen. Bis ich die alle in Position... Wenn ich den so auflade, dann ist der gleich voll aufgeladen. Aber warum hau... Achso, warum brauchst du da hinten noch, ne? Äh, ich weiß nicht. Weil du ihn jetzt in die andere Richtung haust. Ja, ich will ja gucken, ob jetzt hier was ist, was zum Rindklödeln. Aber irgendwie muss ich den da holen, ne? Ja, da musst du außen lang. Muss ich wahrscheinlich den da gar nicht so verknödeln. Dann schiebe ich ihn mal wieder zurück. Mh, besser ist. Ja, den hab ich verkackt. Ja gut, äh, außen lang. Gibt's eine Garte? Nee. Ja, unten. In der Ecke ist eine kleine Garte. Ja, aber gibt's ja auch eine... Da, siehst du wohl. So, ich bin, äh, da. Siehst du, finden sich her. Außen lang laufen. Äh, da oben. Also die... Nicht die Tür, sondern da oben. Die Tür rein und dann raus. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Genau, hier lang. Hier lang geht's. Siehst du, da geht's lang. Da passiert was. Wollen wir sagen, ja. Da warten wir, der neue zu verkloppen. So, gibt's hier wat zum Kreiseln? Gibt nix zum Kreiseln. Man tisch zum kaputt hauen. Boah, da konnte ich gar nicht ausweichen. Einmal durch. Jawoll. Oh. Wieder nicht drauf geachtet, was er tut. Das ist das Problem. Deswegen krieg ich nur Ds. Nur Ds. Und schon hast du langsend, Holger. Ds wie... Dic. Dieses Spiel ist voller... Voller Sex-Jokes, ich sag's dir. Ah ja. Flup, flup, schnoink. Ja, gleich in die richtige Richtung gegangen, das Teil. Aber das hält nämlich jetzt die Feuerbälle ab. Macht sie hier. Mach sie hier, mach sie hier. Das ist schön. Es ist hier. Ah, und da ist gleich so ne Mission. Mhm. So, so, so. Sollen wir die... Sollen wir die mal ausprobieren? Willst du das mal ausprobieren? Sollen wir die mal ausprobieren? So, was sagt er? LA, up. Execute mit Airbuster. Five times. Welcher ist denn der Mid-Airbuster? Ach, das ist das Ding, was ich nie hingekriegt hab. Das ist der Ground Pound, oder? Du musst dich in der Luft halten jetzt. Über die Gegner. Du darfst den Boden nicht berühren. So, einer. Und jetzt noch einen holen. Ah, fuck. Genau. Das hab ich nie hingekriegt. Ah, warum hat er nicht gegriffen? Ah, den hab ich auch verkackt. Da gibt's bestimmt das... Wahrscheinlich ist es einfach nur ein Rhythm-Game. Zwei. Ah, schade. Ah. Hat der irgendwie ein Time-Limit? Ähm, das weiß ich gar nicht. Ich glaube ja. Ah, den hab ich verkackt. Irgendwann ist das so... Irgendwann ist das so zu Ende. Komm. Ja. Ja, ja, ja. Das ist der... Einmal probier ich ihn noch. Einmal probier ich ihn noch. Mach mal, mach mal. Einmal probier ich ihn noch. Einmal probier ich ihn noch. Ich glaube, die einzige Geheimmission, die ich nie hingekriegt hab. Das war die, okay. Das war die eine, ja. Dann wird die ja übel schwer sein, irgendwie. Also, ich hab das einfach nicht hingekriegt, ne? Wie du halt auch jetzt so da deine Moves versuchst. Das ist, das ist auch echt gar nicht so einfach. Ja. Ach, die, die, die blocken. Dann funktioniert's manchmal. Ein bisschen werden die sich auch. Ja, nee, dann muss ich mir dein Ziel aussuchen. Das ist, oh, das ist ja okay, 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 okay. Ah, jetzt war ich zu weit weg. Ach, komm. Ja, drei. Ah. Schade. Drei. Drei. Jawoll. 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 Jetzt darfst du die anderen auch noch recht schnetzeln. Genau. Das ist eine Losung. Jawoll. Und gleich mehr, mehr healthy kriegt. Super, okay. Also Rhythm Games, kann ich scheinbar. Krypt of the Necro Devil may cry. Na ja, geht gleich weiter. So, weil wir das ja gerade gelernt haben, machen wir damit gleich weiter. Ich hatte nicht viele Spielpunkte. Ach, komm, wir wollen doch mit Style gewinnen. Ach, er macht schon wieder nicht das, was ich eingebe. Jawoll. Ach, den habe ich nicht gesehen, weil er direkt hinter mir war. Ja, er weiß schon, was er macht. Der benutzt die Kamera zu seinem Vorteil. Willst du sagen, er spielt mit der Kamera? Ja, genau. Ja, guck mal, da kriege ich wieder, da kann ich die Tür aufkloppen. Aber der Faust kann ich da auch draufknöbeln. Dann ist er gut. Alles, was du hast, alles, was groß genug ist. Das ist so gut. Das ist so gut. Ja, da. So, let it rip. Bitch. B-E-R-T-S. You dead. Ja, deadly, steht er ja auch. So, und dich mache ich wieder so kaputt. So, den da. Bisschen Stil. Ja, aber guck mal mit dem Beyblade kriegt man auch Stylepoint. Ja, aber nur ein paar. Aber nur so ein paar, genau. So, wo ist er denn jetzt hin? Wo ist er denn jetzt? Äh, fehlt er nicht in? Hat er vorhin schon einen. Ja, vielleicht hat er sich wieder resetet. Eigentlich nicht. So, ich geh da mal gucken. Weil wenn er jetzt da drüben wieder steht, dann darf ich... Äh, ja, ich hab's doch grad... Ich hab's doch schon geblickt. Junge. Aber ganz doof. Siehst du, jetzt ist er wieder zurück da. Warum? Der Schlechte, der Blöde, ja. Der Blöde. Der Blöde. So, jetzt geh mal. Geh mal dahinter, ey. Du Rabock. So ein Esel. Echt, ey. Und du willst ein Anime, äh... Wie heißt das Ding aufgehört? Was ist das Ding? Dreadle, nein, äh... Ja? Äh, Kreisel. So. Das ist das deutsche Wort, was ich suche. Okay, so. Du musst jetzt... Der Slot ist schon besetzt. Vorsichtig. Nein, mach ihn nicht. Oh. Geh da nur ein Kreuz. So. Mal gucken, ob ich das jetzt hier mit einem Rebound... Ja, ich hab's doch geblickt. Ob ich das jetzt nicht... Wenn ich das jetzt hier so an der Wand rebounde, ob das dann... Jawoll! Puh! Haben wir's geschafft? Ach. Wir sind so gut. Da ist ein grüner Ort, ne? Der dir deine Lebensleiste wieder voll auffüllt. Du achst, was jetzt passiert, ne? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Also, ja. Okay, gut. Bei der Erkundung des Schlosses erreicht Ero die Waschküche. Was für ein Nebel. Doch hoch. Er ist nicht alleine. Hier treiben sich also die Putzfrauen rum. Doch sie scheinen nicht zu putzen. Sexy time. Nero hin und weg vom Anblick denkt... Oh, die sind aber auch heiß, ey. ...dass da der Schnee nicht schmilzt. Und Nero so, lass mich mitspielen. Hallo. Ich spiel jetzt mit. Da. Nimm das. Nimm das. Und dann... Ich spiel aber mein Schwert. Komm her. Ich möchte etwas in euch reinstecken. Ja, die möchten nicht angefasst werden. Oh, fuck. Da kommt die Mama. Ein hässlicher Kröterich steckt hinter den sexy Damen. Mit Mundgeruch, sabbernd und lispelt. Nachdem er Nero auch noch angesabbert hat, überlegt dieser sich, nett wie er ist, denn er ist der Gude, ihm erstmal manieren beizubringen. So, jetzt gehst du im Sack. Spring, 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 beiseite, 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 beiseite. Ich bin weggerollt, aber ich hätte auf dich hören sollen. Okay, das hat auch nicht viel gemacht. Du musst halt ein bisschen schneller laufen. Ja, apparently. Genau, wieder von hinten, ne? Die beste Effektivste. Ja, ja, immer schön die Puppe herzegipseln. Wissen wir doch schon von dem anderen Typen. Ja, deswegen. Kommt wieder beiseite. Lauf, 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 lauf. Ah, jetzt macht das düster. Der Böse. Kommen die Algen wieder. Hey, chicas, es geht ab. Ui, die tun ja weh. Aber dann nehme ich halt mein langes Ding und stecke es wieder mitten in sie rein. Bäm, Alter. Und spring beiseite. Ja, genau. Sehr gut. Deck, lauf, 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 lauf. Die Schatten, die Schatten, die Schatten. Ja, ich sehe es doch. Und jetzt, 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 genau. Jetzt gib ihm. Die Faust. Die Faust. Aber ich wusste, na, fuck. Und zu lange. Ich habe die Faust gemacht und das wollte er nicht. Das wollte er nicht. Er ist noch nicht so weit, aber noch müssen vorspielen. Ach, das macht doch jeden wieder. Der Segel. Komm, jetzt fickt er wieder seine Mädels vorher, weil er alleine nicht mon genug ist. Ich muss dich nur nehmen. Ich muss dich nur nehmen. Jetzt kannst du ihn nochmal ordentlich. Ja, jetzt kann ich ihn doch. Jawohl, jetzt hat er ihn genommen. Jetzt hat er ihn genommen. Was für eine Lektion. Füße können auch erotisch sein. Oh ja. Auch der Kröterich hat endlich verstanden, nicht mehr zu sabbern, deutlich zu sprechen und sich ordentlich zu artikulieren. Begeistert vom Erfolg dieser Lehrstunde kommen nun auch die Brüder des Kröterichs an und wollen lernen, wie man richtig spricht. Nero, alle Hände voll zu tun mit Dante und seiner Schnecke, muss jedoch für heute leider den Unterricht beenden. Ich habe eine Frau gefangen genommen. Ich weiß nicht, wie gut das mit den ganzen, wie gut das in diese Zeit passt. Naja, es ist ja nur ein Stück von ihr. Ob es das besser macht? So, was habe ich denn jetzt gekriegt für eine Power? Kann ich da, kann ich jetzt noch besser hinlangen? Äh. Ach, jetzt kann ich dieses Jump Head benutzen, oder? Wahrscheinlich. Oh, okay. So. Äh. Äh? Äh? Kann man dir irgendwie helfen? Ja. Ich check grad nicht, wo ich lang muss, weil da drüben ist, äh, abgeschlossen. Äh, da, siehst du? Komm schon drüber. Weil hier, hier ununsichtbare Wand ist. Ja, aber da ist da noch eine Tür, an der Seite. Ach, die da? Ah, ja, gut. Die unscheinbare Nebentür. Und das war's jetzt, okay. Gut, 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 gut. Mal gucken. Oh, ein A. Noch ein A. Yes. Das ist doch schon mal eine Steigerung im Vergleich zum letzten Mal. Das stimmt. Sehr schön. Wie soll man es heidlich? Schaffen wir noch eine? 24 Minuten. Ja, ja, fangen wir an. Fangen wir so an. Sehen wir, wie es weitergeht. So, was wollt ihr denn jetzt? The Wing Talisman. Keine Ahnung, was es ist, aber scheinbar brauche ich es. Dringend. Wer braucht es nicht? Wer braucht es nicht? Ich hätte auch gern so einen Wing Talisman. Siehst du? Was sieht er denn jetzt schon wieder? Ach, die Viecher. Ich erinnere mich an die Nerven. Das ist nicht gut für meinen Stylemeter. Wir haben einen ganz langen Stachel. Du hast einen ganz kurzen. Das soll doch keiner wissen. Ich hab kurz nachgeguckt. Das ist alles klein. Ich hab's gesehen. Das Schwert kompensiert für etwas. Oh ja. Ich hab gleich einen Kumpel mitgebracht, weil eine kann er es nicht. Genau. Dein Schwanz ist so klein. Ach, da muss man einmal hinkrapschen und dann läuft das. Sehr gut. Pass auf, gleich piekt er dich wieder, du. Vielleicht versucht er seinen Schwanz in mich hinein zu rammen. Aber ich penetriere ihn zuerst. Und zwar hart. Das war... Oh ja. Der sieht ausgedurstet aus, ja, ja. Das war... Ich hoffe, sie sind alle zufrieden. Bestimmt. Muss ich... Ich frag mich immer nach... Ach so, für die Items war das, gell? Brauch ich gar nicht so viel davon. Naja, also ich geh nach dem, wie gut du dich anstellst, ne? Ja. Nachher keine Sterne zum Auffüllen ist alles gut. Ja, ja. Ich kann auch alles abschießen. Guck mal. Guck mal, ich kann abschießen. Ist das schön. Hast du fein gemacht? Hast du fein gemacht? Da gibt's doch bestimmt was hier auf dem Pferd oben. Das hat kein... Ja, geht. Da oben ist was. Aber... Ich komm nicht hoch. Ich kann nicht doppelspringen. Ne. Ne. Nur zu weit oben kann ich nicht doppelspringen. Wie kommt man denn da hoch? Keine Ahnung. Ich lasse es einfach mal da. Sieht auch hübsch aus. Ja. Da so ein bisschen Farbe in dieser Trostlobke. Okay. So. Bett. Oh, hallo, hey. Willst du mir nicht erst mal einen Kaffee ausgeben, bevor du mich ins Bett zerfst? Du weißt doch, die sind ja alle sehr direkt. Oh ja. Hab ich bemerkt. Keiner kommt alleine hier. Keiner kommt alleine, genau. So schaut's aus. Oh, der macht gleich hier seinen Supermove. Seinen Stachel voraus. Und jetzt kommt mein Supermove. Und einmal durch den Andrus. Ah, fuck, ah. Hast du den nicht kommen sehen? Ich hab ihn kommen sehen, aber der Windup war tatsächlich gar nicht so schnell, äh, so sichtbar von der Attacke. Er kam zwar auf mich zugelatscht, aber hat dann auch recht schnell angegriffen. Du, die zögern hier nicht, weißt du doch. So. Ja, aber den hätte ich... Da hab ich's jetzt mal drauf angelegt. Ist unbedingt angewöhnt, dass ich danach irgendwie eine andere Attacke mache. Also ich krieg den, 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 wie heißt das, Exit, den krieg ich immer ganz gut hin. Mhm. Aber dann die Folgeattacke, die verkacke ich immer. Mhm. So. Wird der runterfallen. Nein. Wird der runterfallen, wenn ich ihn da... Okay. Ah ja. Da sind ja die Ketten an der Seite. Bäm. Die Ketten aus Titanium, die da den Beyblade abhalten. runterzufallen. Oh, oh, hallo, ah, ui, oh, nein. Kannst du, glaube ich, mit viel tun, wenn du fällst. Hm. Ui, ua, a, a, ting, ting, wollum, wollum, bing, bing. Ui, ua, a, ting, ting, wollum, wollum, bing, bing. Ui, ua, a, ting, ting, wollum, wollum, bing, bing. Ui, ua, a, ting, ting, wollum, wollum, bing, bing. Ja, ja, genau. Wollum, wollum, ah. Er hat die Kamera wieder zu seinen Gunsten genutzt. So, jetzt werdet ihr ein wenig zerstört. Bäm. Insekten sollen auch ganz gesund sein. Hakuna Matata. Den Spruch sag ich gern. Hakuna Matata gilt stets als modern. Man, ein Tarnisman, made of crystallized angel wing. It can stimulate a divine response in specific equipment. Hakuna Matata. Genau. Oh, siehst du, jetzt kann ich hier auch mega jump. Na, mal gucken, ob du es kannst. Ich könnte es zumindest theoretisch. Es ist mir erlaubt, es zu versuchen. Ist ja was zum Klumpferhaut. Nein. Nichts zum Klumpferhaut. Wo war der da? Was ist das hier? Ist das so ein Tease, wenn ich nachher mit dem A, mit Dante hier nachher? Mit dem A. Mit dem A. Okay. Ui, 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 ui. Hi. Nein, er hat in die falsche Richtung geschaut. Ach, come on. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Kann ich da stehen? Da kann ich da stehen. Das Wasser hier flach genug. Da leuchtet was. Wegen dem Ding da, oder was? Das sind meistens die Teile, die du greifen kannst. Wenn er leuchtet. Oder er hat irgendwas Geheimes gefunden. Dann leuchtet er auch. Ich weiß, dass das Leuchten irgendwas... Aber ich... Ach, komm. Ich muss nochmal einen höher, sonst schafft er nicht. Das schafft das nicht. Hier, muss ich doch irgendwas machen. Ist der Taunten? Nee. War das Leuchten nicht für Orte-Geheim-Missionen? Ah, da gab's. Ah, das war's. Okay, okay, warte mal. Okay. Da muss ich in Zukunft... Weil er da sonst eine andere Kombo... Du verstehst gerade gar nicht. Ich hab doch den Exit. Also ich mach hier Flum. Und wenn ich da zu lange warte und dann wieder angreife, dann macht er seine Alternativ-Kombo. Anstatt den Stinger zum Beispiel, den ich machen wollte. Mhm. Ähm. Ich bin einfach noch zu schlecht, Liam. Ja, du musst noch ein bisschen üben, Tupac. Es ist halt einfach... Weißt du? Ja, total. Ich dachte, ich bin was. Aber nein. Oh, zum Zerknödel. Bisschen nicht. 31 Minuten. Ja, dann hör mal gleich. Oh, hier. Zerknödel ich hier den Dinner noch. Hier, so richtig. Mutale Gewalt. Und dann unterbrechen wir hier. Oder wie, oder was? Das heißt, wir erfahren erst in der nächsten Folge, ob du das mit diesen Jumps hinkriegst. Warte, das kann man... Oh, guck mal. Ich hab aber den gefunden. Ich bin hier runtergelaufen und hab ihn schon gekriegt. Das ist ja geil. Ich sollte mich öfter versuchen, in den Tod zu stürzen. Das ist ja geil.